Stuttgart minus 1 Grad, Freiburg 2 und in München waren es minus 1 Grad. Das waren die Nachrichten. A2 Oberhausen-Dortmund zwischen Kreuz-Recklinghausen und Henrichenburg, Unfall 7 Kilometer. A3 Arnheim-Köln zwischen Kreuz-Oberhausen und Kreuz-Kaiserberg, 10 Kilometer Stau und stockender Verkehr. A5 Darmstadt-Richtung-Heidelberg zwischen Ladenburg und Dossenheim, 3 Kilometer Stau. A5 Karlsruhe-Heidelberg zwischen Kronau und Kreuz-Waldorf, 3 Kilometer. A7 Flensburg-Hamburg zwischen Quickborn und Hamburg-Stellingen, 10 Kilometer stockend. A7 Würzburg-Ulm zwischen Dinkelsbühl-Fichtener und Ellwangen, Baustelle 3 Kilometer. A7 Hannover-Hamburg zwischen Flechstedt und Hamburg-Waltershof, 10 Kilometer stockend. A24 Schwerin Richtung Hamburg, zwischen Kreuz-Hamburg-Ost und Übergang zur Hammerstraße, 6 Kilometer stockend. A46 Wuppertal-Düsseldorf zwischen Wuppertal-Katernberg und Hahn-Ost, 6 Kilometer. A46 Heidelberg-Düsseldorf zwischen Grevenbruch und Kreuz-Neuss-West, 10 Kilometer stockend. A57 Nimmwegen-Köln zwischen Kreuzkamp-Lindfort und Kreuzmeerbusch, 20 Kilometer stockend. Unter 81 Heilbronn-Stuttgart zwischen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zurfenhausen, Unfall, 7 Kilometer Stau. Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. An diesem Montag mit Sarah Zerberg. Noch einmal schönen guten Morgen. An diesem Montag mit Sarah Zerberg. Noch einmal schönen guten Morgen. An diesem Montag. An diesem Montag. An diesem Montag.